ich bin ich bin nie gelandet was geht mit uns? auf jeden Fall, oh Gott ich sehe nichts LOL das hatte ich jetzt nicht erwartet wo bin ich? ähm ich muss nur bemerksam sein, dass ich mich nicht auf die Reichweite nicht auf die Reichweite Okay. Okay. Was ist das? Alter, ganz ehrlich. Spiel hier raus. Oh fuck. Roll. Okay, was war das? Ich glaub ich hätte das nicht sollen. Oh fuck. Oh fuck. Ja, zum Glück, oder? Auf jeden Fall. Okay. Soll ich jetzt springen? Äh. Das ist ein ziemlich bescheuertes Idee. Ach, scheiße. Okay. Soll ich auf. Das Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the Sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Ja, auf jeden Fall die Aufstockung nehmen. Wo ist der Aufstockung? hier 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 ja ist ein aufzug sieht so aus also jetzt geht es weiter dachte ich mir vielleicht ein bisschen na oh, da ist der Hebel ich hab das Gefühl das war keine gute Entscheidung oh so ich dachte ich kann eine Minimang benutzen ich hab schon gesorted ja, richtig krass deutschland, das bin ich so richtig cool, ne? so, ich weiß gar nicht wohin geht ne, nur so zum vor ne, nur so zum vor ja so, was soll ich jetzt hier ähm ja, ich nehm die Leute wär ich doch jetzt echt einfach den Weg, den ich eigentlich hoch hätte gehen sollen, wieder runter gegangen, oder? ganz ehrlich ich ich hätte auch schon mal bessere Ideen bei meinem Leben Blumer 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 ja, auf jeden Fall Blumer 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 Dann nehme ich den an, obwohl, würde ich runter, haha, oder auch nicht. Yay, Dynamit, ich freu mich nicht. Mach Scheiße. Ja, genau! So. Ach, nee. Ne, 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 ne. So, nicht, dass jetzt passiert, was ich jetzt denke. Ach, nein! Gibt's doch nicht. Lott Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, fuck. Der kann zielen. Das hat mich echt sehr in die Luft gesprengt, ne? Im Nachhinein nicht so ne gute Idee. Okay. 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 Ich kann mich gleich nicht mehr von dieser Todeskugel da schützen. Das war er gar nicht. Wo ist der denn? Ach da. Okay. 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 Okay.